Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic 3 Riders. Ja, im Let's Part haben wir Team Heroes abgeschlossen. Und jetzt ist Team Babylon dran. Los geht's. Und ich bin Allmachau, bringen all die action zu Ihnen live. Ich habe gerade hier in Pavilion 2. Ich werde einen kurzen Interview mit den Mitgliedern von Team Babylon, bevor die Reise beginnt. Wie sind Sie drei heute? Wie ich fühle? Ich weiß, wer ich bin. Jed the Hawk, leader of the Babylon Rogues, ist an der Top des Spiels, jeden Tag der Woche. Ich bin nicht hier zu fahren. Ich bin hier zu gewinnen. Ich wünsche sie bereits. Wir holen den Preis und werden uns auf den Weg. Und haben ein wenig Piddy für die poor Fools, die uns mit uns als der ersten Opponenten sind. Natürlich. Du bist richtig, Jed. Der einzige Racer hier, der hier ist ihn, Sonic the Hedgehog. Die Legendary Windmasters of the Babylon Rogues certainly all talk a big game. They're confident this one's in the bag. Now, let's hear from the other team. Aw, isn't that adorable? They really think they stand a chance against us. They have no idea how unfortunate they are. Who do they think they are talking trash to us like that? I'll smash anybody who talks down to the boss. They don't matter, Jed. Just ignore them. The Sparks are flying from the very first race of the day. At this rate, the course is likely to catch fire as these two confident teams clash. Also, Tan, lang verlos. Oh, Alter, war das gut. Oh, Alter, war das gut. Alter, jetzt geh ich auch noch zur Bucke ab hier rein. Aber langsam komm ich mit der Stauber besser klar. Wir sind gut. Das war schlecht. Ich war ein bisschen zu spät, denn... Und jetzt... Ich bin Nummer 1. Aber ich bin trotzdem der Beste von uns allen hier, hä? Tja, nur Chaos kann ein S-Rang schaffen. Haha, oder nix. Das ist echt mal ein guter Start für diesen Part. Jetzt bin ich richtig motiviert. Es ist Shadow, right? Und Rouge? Du bist gut. Spare mir. One fluke win and you're talking down to us now? Please. Und jetzt, who do you think you are, talking to Jed like that? You were pretty tough out there, too. Hey, I'm being nice here. Least you could do is say something. Why are you getting mad at a machine? I'm no machine. I'm a robot. It's different. You mocking me? You're asking for it, robot. Alright, enough playing around. Time to make it painfully clear that your first win was a fluke. Was kommt denn jetzt? Alter, I'm ready to fist you. Legen wir los. Was? Do you think you can win with a board like that? Man, it's wing. Bleib him. Whoa. So. So, come. Das nenne ich nice. Man im S-Rang. Hahaha. Ich bin gut. Ich bin der Beste. Ich weiß. Danke, danke, danke. Tja. Chaos kann's halt. Der hat eben schon gleich zu meinem S-Rang abgeräumt. Na, come. Nehmen wir mal drauf. So. Auf geht's. Rane. Jetzt haben wir über 65 Ringer. Wann? Auf der Zeit. So. So. Das ist echt. Ah. Na, komm. Das kann ich ja noch besser. Oh, das ist ja. Oh. Langstin. Yeah. Was? 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 Rechtsgift wird Superskill Was? 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 Ja, wir haben wenigstens reingeschafft Weil kein S Tja, mein B kann ich auch leben Es wird doch egal, wie waren wir denn schon? Okay, danke Z Nächste Runde Das ist ein bisschen Verrug Wie kann ich Verrug? Wow, drei Freak-Wins in einem Rund. Sind Sie wirklich so blind zu Ihren Fällen? Und am Ende der ersten Runde ist Team Babylon das hat aufgerufen. Die Wiener Rundern leben auf die legend. Es gibt schon vieles von diesem Team gehen alle weg. Los geht's mit ihnen. Die Wiener Rundern Wir haben hier die ganze Runde gewonnen. Wo ist die Herausforderung? Ich wusste, mein einzig reale war mit Sonic der Hedgehog. Das ist ein schade, denn ich bin mit Sonic in der Finale. Unsere Team ist nicht zu verlieren. Meine Forderung ist auf dieser Runde. Du solltest nicht zwischen mir und dem Cash. Dieser Mann ist so broke, er hat eine Runde um Ende zu machen. Es klingt, wie Team Rose geht durch einige schwierige Zeiten. Oder vielleicht es ist nur Vector. Egal, diese nächste Runde sollte sehr spannend sein. Na dann! Legen wir los! Jetzt zeigt Chaos mal, was in ihm steckt! Was für ein Skiller er ist! Moment! Wie war der Dreck? So, nochmal! Geil nochmal! Geil nochmal! Ich habe den Halt! Nee, so recht! Ich habe den Halt! Nee, so recht! nicht. Es muss doch zu schaffen sein, ey! Ich bin wirklich... Ich bin gut! Ich spreng ja sogar Verloren So eine Scheiße, aber auch Ich spreche nicht, oder? Das merkt das System, ne Ich kapier's, ne, warum Wenn er konnte, schreibt's in die Kommentare Ja, ich bin scheiße hier im Quinten, merkt er Da bin ich ja in Zero Gravity und im ersten Teil besser mit Quinten Ah, da ist der Wave Ich glaube, Wave muss durch die Ränge fahren Nein Bleib, Fuchs So Ich hab's dir gesehen Ja, mit meinem neuen Fernseher, also mit meinem aktuellen, den ich zuhause hab Hätte ich das sehen können Hätte ich diese Kurve gesehen Aber mit dem Fernseher, den ich jetzt hier benutze, den ich hier im Internat hab Ne Damit kannst du in der Hand als weise irgendwas Krass Ich hab' drüber boosten müssen, genau wie ich da selber booste Ich glaub' dann wär' man mit 135 durchgerauscht Okay, Leute, merke ich mir, wir wollen ziemlich hier um Mission auf S-Rang zu schaffen Das ist kein 100% Let's Play Das ist ein normales Let's Play Das ist nicht gut Wenn wir hier verlieren, ich gehe nach Hause empty-handed Hey, was gibt, Vektor? Wenn du mich nicht mit dem Finals mit Sonic wie du promised hast, ich nicht pay' dir Wir werden dieses Mal Wir werden dieses Mal In der Zeit Kein Wunder, dass wir nicht gewinnen können Huh? Es ist eine Figur von Sprache, okay? Ihr seid nicht mehr zu machen, das macht es noch einfacher Serious oder nicht Ich hab' einen schweren Zeit, zu erinnern, dass diese nächste Rache noch anders geht Ich freu' mich drauf, euch zu zerfesten Weil ich's kann Gib Gas Ich geb' immer Gas Zwei Eins Feier Boosterma, du verfickter Arschler Du Esser Fress die, bau den Kugel Habt ihr mich grad gebohlt? Ich glaube, es hackbar ist Ich glaube, es hackbar ist Komm Wird mir nicht zuvall Aufmerksam Ich bin los Wird es Weil ich mich aufmacht Blöden Wird es 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 Wird ein Wird es Wird es Yes, Shad! Da boostet er, ne! Da hat's Spiels gepackt, schnell boosten müssen sie an der Stelle. Ich hab die ganze Zeit das Bein geschwungen, wie ein Assi. Der Controller verarscht mich hier. Ich kann nicht verarscht mich hier. Guck, wie jetzt läuft. So. Perfekt! Ein bisschen schläge Winkelhallen. Und ein BOOST! Und ein BOOST! Wer verfolgt? Und? BOOST! Yes! Mit einem X! Ich bin Nummer 1! Ich bin Nummer 1! NOL! FÜHF! 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 FÜHF!